ja konnichiwa nach einer zweisekündigen pause geht es weiter mit einer eroberung genau denn ich werde ich brauche ich muss den ninja nutzen um den hier zu töten ich brauche hier nein was wollte ich sagen keine ahnung ich wollte hier invasieren genau hier da zum angriff ja klick erklären ich werde zuhören wie es sich gezielt was manche antwort betrifft nein ganz von eurem angebot ab klären jawohl ich will dass die sich mit einmischen und mein was zum teufel geht doch den direkten weg wegen der blockade ihr seid deutscher ja soviel zum blitzkrieg dann eben da lang das kam unerwartet jetzt müsste das reichen glaube ich jetzt ich speichere mal jawohl und automatischer angriff ja knapper sieg ich habe die hälfte verloren ok so stecker er kommt in die laden was heißt handy aber ich habe noch alle einheiten ja ja oh wer steht da oh wie süß oh wie süß oh das ist ja putzig gut dann gehst du mal da lang ok ok nicht klassisch singen oder so das kommt nie wirklich gut an habe ich jetzt eigentlich alle schiffe nein hier jawohl ja jetzt habe ich alle handelsschiffe überall gesetzt ja das mit dem blitzkrieg hat jetzt nicht so funktioniert wie es mir erhofft habe hätte vermutlich stehen zuerst weg machen sollen aber naja jetzt weiß ich es besser kann ich jetzt eigentlich steuern erheben oder nicht kann ich jetzt eigentlich steuern erheben oder nicht immer noch aber hey ich bin wieder im plus sehr gut sehr sehr gut das hatte ich jetzt nämlich vor aber alte das schwarze schiff kostet 1000 als unterhalt ne hui ah verbessert sich verbessert sehr gut ich brauche mal wohlstand und vielleicht bessere straßen aber nein erst mal ah sehr gut in zwei runden habe ich besseres terrassenbau gut die armeen sind in bewegung gesetzt ich würde sagen runde beenden ich frage mich wie viel das schiff eine reparatur kostet vermutlich 1000 oder so oder kann ich es nicht reparieren näher ganz viele agenten und viele schiffe auch und noch dazu hm oh oh äh nein bitte nicht nicht und weh 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 wir speichern sollen ne hey ich hab 22 kanonen aber ne alter nein russzug ja gib mir oh toll ich biete dies frieden ein ende des krieges bevor unsere völker vergehen wie blüten im wind nein so sei es wir beenden das gespräch uneinig manchmal muss es so sein flug chry pein k her ashigaru meister unter einsaß von ashigaru in die gefechten ist nur übertroffen in Lord Ausbildung und erhalte eine deutlich eindrucksvolle Schreitkraftkraft zur Verbesserung ihres Ausbildung verlaufs geführt. okay überlegene ashigaro. die verbesserte ausbildung der ashigaro konnte auch das kampfpotenzial eurer ashigaro rekruten verbessern. das zweier verfahren für ashigaro rekruten. okay. das hier verstehe ich noch. das hier verstehe ich auch noch. moment. das hier verstehe ich auch noch. aber das hier verstehe ich jetzt nicht. der blockiert doch jetzt nicht auch unsere handels ressource oder? also unsere handelsroute. das würde mich dann sehr wundern. was? kran übernimmt das christentum? wer jetzt? mori? oh. baubbericht. ja. sehr gut. habe ich wieder nach. verstehe ich nach woher sehe. ja ich hoffe das schwarze schiff ist in ordnung. nein 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 das schwarze schiff ist weg scheiben nein 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 zum glück habe ich gespeichert glaube ich spieler oh mein gott schicke deine armee in tödliche gefahr und sie wird überleben schicke sie in eine verzweifelte situation und sie wird sie überwinden menschengefahr sind in der lage den sieg zu erringen auszug auf die kunst des krieges und so echt jetzt okay hier war das wieder oh nein stimmt ja oh 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 Ahhhh. Du hast ja auch unbedingt hier rausfahren müssen. Okay, das ist jetzt eine etwas bescheidene Situation hier bei mir. Vielleicht kann ich hier noch schnell, keine Ahnung, eine Viertel bauen, ein Schiff so zur Ablenkung, hier ein Bogen-Kobaya, nee ein Handelsschiff hier, zwei, zwei, okay, so als Kanonenfutter. Verdammt, das schwarze Schiff ist meine Trophäe, das kann ich jetzt nicht so einfach verlieren. So, hier muss ich ein Variant sicherlich, oder? Äh, jetzt Verbesserung der Bewässerung, Verbesserung der Bewässerung, das heimsicher. So, hier, halt hier, nee, die haben immer rumgemeckert. Boah, jetzt habe ich kein Geld. Oh, das, oh man, jetzt noch mal? Boah. 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 Nein, das gibt es doch nicht. Nein. Ehrbarer Frieden. Wir können keine Einigung finden, wenigstens habt ihr ehrlich gesprochen. Das Schiff ist wieder weg. Scheiße. Ähm. 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 Die Lehre ist das, in dem nichts existiert. Sie ist das, was Menschen zu wissen unmöglich ist. Hä? Ähm. Lagerung. Verdammt. Ich habe mir hier eine echt blöde Schachmack-Situation gegeben. Wenn ich... Geht das? Die Krieg ist wieder. Ich bin in Gefahr! Oh, bitte, bitte, bitte. Lass das Schlüssel zum Sieg sein. Bitte, bitte, bitte. Ja, dann hier wieder Gebäude bauen. Oh, bitte, bitte, bitte. Hauptsache, die schwarze Arsch überlebt. Das ist ein unikates Schiff, glaube ich. Keine Ahnung, ich kenne das Spiel nicht wirklich. Oh ja, bitte, bitte, bitte. Ein Werkheiz an Dukat. So, automatischer Angriff. Oh, bitte, bitte, bitte. Er bewegt. Gleiche Anzahl an Verlusten, okay. Ich bin jetzt seitdem hier abgeschwommen. Kann ich noch irgendetwas upgraden? Straßen sind vielleicht ganz gut. Was ist das? Der Markt! Wird Zeit, vielleicht hier eine Feste zu bauen. Damit die nicht rummeckern. So. Dann bitte 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 Runde beenden. Bitte lass das schwarze Schiff in Ruhe. So. 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 gleich mal diese flotte in der nähe ist könnte ich ja wie ich mich freuen dass das schiff safe ist ich habe noch 600 gold 2250 gold ja gut das was macht er denn ein durch durch jetzt kannst du hier ich brauche dich kann ich dich umlegen zehn prozent und die scheinbar nicht wo ist der mensch war da nicht einer irgendwo gleich hier nebenan ok was habe ich den hier nicht gesehen damit nein ich habe mich aber jetzt ich bin so schlau ich bin so schlau wie pro ich bin so schlau wie möglich ich bin so schlau wie möglich ich bin so schlau wie möglich doch einfach dann verschwinde doch da hin wenn du kannst kannst du ja gut kann ich reparieren 150 50 50 50 die möchte ich mal bitte reparieren ich kann dich nicht verkleben nein ich habe kein geld ich repariere ich mal und ich erobere ich genau automatische angriff dankeschön 0 verluste sehr gut so muss das laufen ok und ja klar verstört geht aber tag ach das war schon die unbedeutenden sekten wurden von uns nicht fertig gekriegt ja kriege ich hier bitte view hier video view oder wie das heißt ein videobild nein auch schade ich finde die cinematische immer so schön ich kann nichts reparieren na gut röchel röchel hust hust genau du bewegst dich ja nicht kann ich steuern erhöhen ja 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 das geht ab wow was ist das süßtum das ist hier da muss ich die feste abgraden ja ok das sei es erstmal damit die ordnung beibehalten wird wir dürfen aufbauen ja 25 minuten schon gut das war's für diese folge ich würde sagen wir haben das schiff jetzt so gut wie gesaved das schiff ist sehr 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 teuer das kostet 2000 schon alleine für die reparatur ich glaube ich bin jetzt doch eher vor dass ich keine bomben schiffe genommen habe die das schiff noch sehr beschädigt hätten glaube ich ja auf jeden fall werden wir es schaffen 14 weitere provinzen innerhalb bis zum jahr 75 einzunehmen oder nicht und kioto das werden wir in der nächsten folge sehen und kioto nämlich hier nebenan kann ich gleich kioto mit einnehmen ja äh wie sind die nochmal die zu zu genau zu zu wo war zu zu da unten war zu 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 hat geht da so entlang ok ich würde sagen danke fürs zuschauen ich werde dann ich glaube demnächst weiter kioto einnehmen dann werde ich hier weitermachen wenn ich das schaffe und sonst ja sonst danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ich bin auf jeden fall sehr sehr froh dass ich das überteuerte schiff was auch hoffentlich den preis wert sein wird äh retten konnte ja dann fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüss sayonara wenn ich das überhaupt die ganze zeit richtig sage äh